ja hallo liebe zigan aficionados heute ein weiteres zigan review von mir die joia de nicaragua antano ct antano ist einfach eine der fünf serien von joia de nicaragua und ct heißt glaube ich connecticut weil es für joia de nicaragua nicht wirklich üblich ist ein etwas helleres deck zu haben der mehr eben typische dunkle nicaragua tabacke und eben hier etwas helleres ecuador connecticut shade deckblatt umblatteinlage nicaragua 1968 gegründet also die älteste tabacalera nicaragua und ja momentan leider ja auch ziemlich viel stürme und monsoon regen und hier habe ich eine naturkatastrophe in nicaragua wenn ihr so videos gesehen habt massive überschwemmungen und wasserfälle überall und da geht es gerade wirklich drunter und drüber vor allem auch in der nähe von esteli größte tabacalera dort am start deswegen drücken wir mal die daumen dass nichts groß passiert warum die ct serie wie gesagt die joia sind eher kräftigere zigarren und mit connecticut schade das ist im prinzip nach wie vor eine komplexe zigarre aber halt eben ein touch milder und cremiger unterwegs das will ja eigentlich schon heute mittag machen dann mein mikrofon verloren und ich wusste es gibt nur eine stelle wo ich das verloren haben könnte bin halt schnell wieder zurück gelaufen halbe stunde aber dann war es schon weg also das kann nur da gewesen sein weil ich das handy rausgeholt hatte und ein foto gemacht habe ja ist halt weg deswegen hoffe ich ihr versteht mich trotzdem ganz gut könnt ihr mal ein feedback geben ob ihr doch einen großen unterschied hört vor allem gerade ist da hinten und wenn man mit so einem lief blower und zum laubbläser ziemlich verdau macht hoffentlich versteht er überhaupt was ich hatte glaube schon mal eine joia de nicaragua classic reviewed kann mich nicht mehr erinnern wie sie geschmeckt hat aber sektler zieht ganz gut aus nichts erklärte lasst eurem bad wachsen ich würde mittlerweile ist es eh nicht mehr so dass wir die fragen wenn sie eine veränderung an dir spüren oder sehen weil jeder nur noch mit sich selbst beschäftigt ist kriegen das gar nicht mehr mit aber ich kann mich noch erinnern so vor acht jahren zehn jahren wenn man dann ein profilbild auf facebook hochgeladen hat und das sah das irgendwie so wie jetzt aus also pennerhaft man kann es sich mal wieder passieren du kannst dich mal wieder passieren am meisten barb wachsen sieht komisch aus oder wie auch immer man kann man erklären warum man wenn man als man den bad wachsen lässt ich hoffe der ein oder andere macht damit auf der ein oder andere interessiert sich für das thema diese typische kollektische schärfe ist da man kann sie immer schlecht einschätzen es ist einfach eine grundschärfe da durch das kollektische schade es gibt mal die das kollektische hatte wo ich das gut fand das war von hier am und solomon ich glaube die traveling man war das ja auch ein connecticut schade deckblatt von werner kassaganda ins leben gerufen beziehungsweise nach deutschland gerufen hier auch so was typisch senfiges oder ganz ganz frischer weißer pfeffer leichte creme auf jeden fall sedernholz du hast schon eine gewisse würze da so kostet 7 30 glaube ich 27 oder 37 hat eine klassische robusto version länge 12,7 zentimeter und ein 52er ringmaß also unter 8 euro ich habe jetzt auch bei meiner letzten bestellung darauf geachtet dass ich bei über 90 prozent der zigar unter 8 euro bleibe ich denke das ist so für meine zuschauer so das haupt spektrum vom preis her klar hast du hast diese würze du hast diese würze aber schönes rauchloben übrigens aber etwas leicht süffiges fruchtiges könnte man ja auch nach sagen also das so ein gewissen ausgleich zu der pfeffrigkeit zu der würze abwandt ganz gut kann man nichts sagen ne doch gut ausgleich leicht süßlich cremig aber es ist schon also für komplette anfänger wenn es für jemand die erste zigarre wäre für die was wahrscheinlich für die person wäre es wahrscheinlich ein hauch zu pfeffrig aber immer gesagt es sei gesagt wartet so die ersten zehn minuten ab das finde ich besser nämlich wenn sie am anfang unbestimmt daher kommt und dann deutlich milder wird und sanfter also wenn du dann zum mitte hin oder zum letzten drittel dann eine mega scharfe oder erdige zigarren kriegst und die dann im prinzip gar nicht mehr rauchen möchtest dann finde ich das lieber am anfang gut dann hast du noch was vor dir dann überstehst du so die zehn minuten und dann kriegst du richtig schöne zigarre und kannst sie bis zum schluss rauchen so finde ich das eigentlich ideal das halt eben so ein bisschen ja von der stärke her was bietet aber halt daneben nicht zu lang ich würde sie schon als mittel stark bezeichnen auf alle fälle also von den aromen her zumindest nikotin mäßig ist er milder unterwegs noch ja ich mach mal weiter und ich melde mich wenn es ein update gibt ich hoffe ihr braucht auch eine grad das macht zum meisten spaß und markt beim mäßig ja das ist ja ziemlich ein trend jemand frisst was vor und du frisst halt dazu das ist irgendwie zu krank aber auch irgendwie geil dann fühlt man sich nicht so schlecht vor allem als fettsack so wie ich ja dann sieht er der ist ja auch so auf um die sonne sache ja dann esse ich heute auch was ungesundes bin ja nicht allein damit mit dem problem naja wobei ich sagen muss dieses connecticut gefällt mir gerade schon auch hier in der in dieser kombination so dieses leicht senfige gleichzeitig dieses leicht süßliche zedernholz ja es ist gut geblendet finde ich also das will ich damit sagen dann gehe ich mal weiter bis gleich ja schönes rauchvolumen guter abbrand dieses leicht fruchtige gefällt mir und so ein hauch nuss das ist ja bekannt dass auf diese connecticut schade tabake zwar die gewisse pfeffrigkeit aufweisen aber gleichzeitig halt eben auch so dieses dezent nussig cremige ja also die pfeffrigkeit die würzigkeit nimmt ein bisschen ab aber diese grund connecticut schärfe bleibt da ist eine angenehme zigarne also im hochsommer würde ich sie vielleicht nicht unbedingt brauchen aber jetzt passt es auf jeden fall kommt gut und sympathisch daher so ich mache jetzt ein kleines voiceover ich habe mit dem zuschauer von mir vom youtube kanal auf instagram live video gemacht und zusammen halt eine zigarne geraucht während ich halt die jojo de nique aguas ct geraucht habe und da haben wir uns halt verquatscht und deswegen war die zigarne dann aus jedenfalls kam zum schluss noch was florales natürlich auch hier so ein bisschen erde aber nie zu krass und auch röstaromen toast röstaromen es ist eine sehr angenehme zigarne wie gesagt so die ersten zehn minuten ist auf jeden fall scharf und pfeffrig ein bisschen ja aber so nach 15 minuten 20 minuten ist recht lange schön ausgeglichen und mild unterwegs und wie gesagt leicht fruchtig dezent cremig wird aber dann ja so nach 45 minuten schon ledriger trockener und wie gesagt zum schluss ein bisschen erdiger gute zigarne daily smoke ja aber jetzt auch nichts weltbewegendes deswegen ja nicht vier von fünf gute gute qualität also der abrand war bis zum schluss genial ging nur glaube ich so nach 70 minuten einmal kurz aus weil ich mich halt eben über das video oder verquatscht habe hochwertig gut verarbeitet schönes rauchvolumen bis zum schluss deswegen vier von fünf danke fürs zusehen bis zum nächsten mal und wenn ihr fragen habt einfach kommentieren oder konstruktive kritik gerne könnt ihr mir das schreiben